Biverkrieg, deutsche Presseagentur, als Thomas Dressen vor Schmerzen schreiend am Fangzaun lag, war die Schwere der Verletzung bereits zu erahnen. Das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie gerissen, die linke Schulter ausgekugelt. Die Folgen seines bösen Sturzes bei der Abfahrt von Biverkrieg kosten dem schnellsten deutschen Skirennfahrer die ganze Saison, die doch eigentlich erst begonnen hatte. Für den 25 Jahren alten Oberbayern stehen nun Operationen und Reha-Stadtrennen und Siegererrungen an, das ohnehin verletzungsgebeutelte Deutsche. Team muss den nächsten Ausfall eines Leistungsträgers verkraften. Nach Felix Neureuther, der fast die gesamte Olympiasaison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte und nur nach einem Daumenbruch um das Comeback kämpft, verliert der Deutsche Skiverband, die SV, seinen zweiten Star. Nach dem Traumwinter mit dem Kuh in Kitzbühel war der Mittenwalde auf dem besten Weg, sich in der Weltspitze zu etablieren. Am vorigen Wochenende in Lake Luise fuhr er in der Abfahrt und im Super G auf die beachtlichen Ränge 7 und 9. Damals hatte er gesagt, für mich ist wichtig, dass ich mich unter den ersten 10 etabliere und hauptsächlich gesund bleibe. Fünf Tage später blieb ihm der Wunsch auf dramatische Art verwehrt, als er bei schwierigen Bodenverhältnissen und einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern die Ski verkantete. Zufall kam und ungebremst in das Sicherheitsnetz krachte. Im Fernsehen waren Dressens Leiden zu hören und zu sehen, der 100-Kilogramm-Athlet lag im Schnee. Schrie und stöhnte, die Brille von den Augen gerissen, nur noch der linke Ski am Fuß. Nach minutenlanger Behandlung konnte Dressen dann zwar gestützt von Betreuern aufstehen. Ins Tal aber wurde er von zwei Sanitätern mit dem Rettungsschlitten gebracht. Die Zuschauer an der WM-Strecke von 2015 applaudierten aufmunternd. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, sagte Teamkollege Andreas Sander im Ziel, als die niederschmetternde Diagnose noch ausstand. In einer Klinik im nahegelegenen WM-S-Bundesstaat Colorado bekam Dressen dann bestätigt, dass seine Saisons vorbei ist und er sich erstmals in der Karriere sehr schwer verletzt hatte. Bislang war er verschont geblieben, eine Kopfverletzung nach einem Zusammenstoß 2007 und Knochenprillungen in beiden Kniegelenken 2013. Führt der DSV auf seiner Homepage als bislang einzige Verletzungen Dressens auf? Wie lange der Athlet ausfallen wird, das dürfte erst nach weiteren Untersuchungen in Deutschland prognostiziert werden. Vor fast genau einem Jahr riss ich Neureuter beim Training in Koppermärten. Nur gut eine Autostunde von Biverkrieg entfernt, ebenfalls das Kreuzband. Stefan Luiz ereilte im Dezember 2017 dieselbe Verletzung. Er ist inzwischen wieder fit und gibt am Sonntag sein Comeback im Riesenslalom. Neureuter kämpft mit den Folgen eines Daumenbruchs, den er sich im Training in Finnland Mitte November zugezogen hatte. Dressen sollte noch am Wochenende zurück nach München fliegen, dann werde entschieden, wann, wie und wo er operiert wird. Vor dem Rennen in Beaver Creek Bei dem er im Vorjahr als Dritter erstmals in den Fokus gerast war, hatte Dressen am Freitag bei Instagram geschrieben, Zeit für etwas Rock'n'Roll. Ausrufezeichen Nun wird er lange warten müssen, bis er wieder die Abfahrtspisten im Weltcup rocken kann.